Servus und Servus, herzlich willkommen. In dem Video heute geht es darum, dass wir oft falsche vorgefertigte Meinungen haben, die uns Lebensqualität kosten, weil wir sie nicht überprüfen. Schätzt doch mal bitte, was kostet ein Vollbad? Kannst du auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und bei mir war es so, dass ich angenommen habe, dass ein Wannenvollbad zu Fastenvermögen kostet. Das ist natürlich jetzt übertrieben, aber warum? Wie kam das in meinen Kopf, dass es so etwas wie Luxus ist? Und zwar hatte ich immer so angenommen, dass ich so 20, 25 Euro für ein Vollbad brauche. Wie bin ich dazu gekommen? Und zwar, weil wir als Kind einfach hintereinander gebadet haben. Also es war halt einfach, wenn wir schon mal baden durften, dann ging es immer hintereinander. Das heißt, meine Eltern haben angefangen, dann meine größere Schwester und am Ende kam ich als Kleinster. Vielleicht, wenn du Glück hattest, dann haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Wasser nachgelassen. Aber dass es so den Anschein erweckt hat, dass du frischeres Wasser hattest, weil halt oben noch ein bisschen Schaum drauf war. Aber auf jeden Fall hat die Wasserqualität drunter gelitten. Aber egal, es war halt damals so. Durch dieses Prozedere und das Tamtam, was da drum betrieben worden ist, hat sich bei mir im Kopf eingenistet, das muss was ganz Besonderes oder das ist was ganz Besonderes. Also es ist Luxus und Luxus ist ja teuer. Ich habe da nie auf eine Abrechnung geschaut, wie auch immer. Es ist ja teuer. Also hatte ich mal meine Mühe gemacht und habe mal nachgerechnet, was denn tatsächlich so ein Vollbad kostet. Und die Parameter für meine Berechnung, also die Grundlagen, die ich hergezogen habe, ist, dass ich also mit 150 Liter Nutzinhalt gerechnet habe. Dann habe ich gerechnet mit dem Kubikmeter von Wasser von 2,41 Euro brutto. Da sind 7% Mehrwertsteuer drin, also 2,41 Euro. Jetzt brauchst du aber ja nicht nur Wasser, das, was du in die Badewanne reinlässt, sondern wenn du den Stöpsel ziehst, dann fließt ja auch Wasser ab. Und in Deutschland musst du ja auch fürs Abwasser was bezahlen. Und da sind wir in Deutschland bei 1 Euro oder in Deutschland, da bin ich hier bei meiner Berechnung bei 1,97 Euro. Wasser wäre dann bei 150 Liter, wenn ich das umrechne, bei den Preisen, die ich gerade genannt habe, also 2,41 Euro fürs Wasser, fürs Einfüllen pro Kubikmeter und 1,97 Euro fürs Ablassen pro Kubikmeter. Wir brauchen aber eben nur 150 Liter, damit die Wanne voll ist. Und da bin ich dann umgerechnet bei 36 Cent. Also nur 36 Cent kostet Wasser und 30 Cent das Abwasser. Also insgesamt 66 Cent fürs Wasser. Jetzt wollen wir es aber ja noch warm haben. Und jetzt ist es natürlich so, dass es davon Biss gibt, weil es gibt Menschen, die lassen sich das Badewannenwasser ein, können reinsteigen und es ist gut. Und es gibt Menschen wie meine Frau, die lässt das gefühlt kochend ein. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel nach ihr baden gehe, also wir machen das trotzdem noch, weil wir halt verheiratet sind, und bei mir ist es immer so, ich bin das Gefühl gespreizt auf der Badewanne, auf dem Badewannenrand, weil ich mich dann so zentimeterweise oder millimeterweise ablassen muss in das kochend heiße Wasser, bis ich dann einigermaßen dann, bis ich meine Oberfläche, meine Hautoberfläche an die Hitze dran gewöhnt habe. Aber deswegen wollte ich dir bloß Plakativ zeigen, es gibt natürlich von Biss. Manche Leute baden vielleicht bei 37 Grad und andere halt bei etwas heißer Biss. Und ich habe mal gemessen mit einem Thermometer, bei uns kommt das Wasser mit 18 Grad raus. Das kalte Wasser, wenn ich rauslasse, ist 18 Grad. Ich habe mal überlegt, wir brauchen ja, also ich habe ein Mittel genommen von 41 Grad. Und jetzt kommt es nämlich auch darauf an, also nicht nur von welchem Wert auf welchem Wert ich das erhitze, sondern auch mit welcher Heizung ich das mache, weil die Heizungen einen unterschiedlichen, nennt man Wirkungsgrad, einen unterschiedlichen Wirkungsgrad haben, also unterschiedlich effizient sind. Und laut Internetrecherche braucht also für diese Temperaturdifferenz, um die zu erhitzen, Gas, eine Gasheizung, rund 15 Cent. Eine Stromheizung, die ist nicht ganz so gut wie Gas, von der Effizienz 29 Cent. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier mal ein Mittel nehme, 34 Cent, ich habe es aber auch da wieder großzügig aufgerundet für das Erhitzen, dann sind wir doch bei rund 1 Euro. Also so ein schönes, entspanntes Vollbart, so ein gemütliches Vollbart, kostet ungefähr 1 Euro. Und was mich zwischendrin jetzt mal interessieren würde, wenn du weißt, also je nachdem, was du vorher geschätzt hast, vielleicht hast du ja weniger geschätzt, aber wenn du mehr geschätzt hast, meine Frage, badest du jetzt künftig mehr oder weniger? Fazit aus der ganzen Geschichte war für mich, dass die Erkenntnis, und das kenne ich auch aus meiner Beratung, dass wir oftmals bei Wohlfühlaktionen manchmal so richtig knauserig sind, ich erkläre es dir auch gleich, und bei manchen tatsächlichen Fallen, also bei manchen tatsächlichen Geldfressern, da ist es uns wiederum egal. Warum ist es so? Weil wir eben eine vorgefertigte Meinung übernehmen, ohne zu überprüfen. Und das führt eben dazu, dass man sich erstens manchmal einfach grundlos aufregt über Situationen, ja, ich habe ja gesagt am Anfang, bei Einleitung des Videos, dass sich das so etwas Lebensfreude kostet. Und ich habe das beispielsweise erlebt bei mir, dass, weil meine Kinder das Licht angelassen haben, ich hinterhergerannt bin und habe überall das Licht ausgemacht, ja, oder die Türen zugemacht, weil die heizen natürlich irgendwo, damit ich nicht irgendwo sinnlos ins Haus rausheize, wo ich es nicht brauche. Aber das kommt ja vielleicht auch aus Zeiten, wo halt eine Lampe noch, eine Glühbirne, das Leuchten der Glühbirne noch richtig Geld gekostet hat. Heute haben wir Energiesparlampen drin. Aber es kann ja durchaus auch sein, das habe ich noch nicht nachgerechnet, was das halt jetzt kosten würde, oder ob man sich da vielleicht umsonst aufregt, weil wir eben noch aus dieser Zeit kommen, wo Strom, oder das eine Glühbirne, das Leuchten einer Lampe oder das Beleuchten eines Zimmers noch viel, viel teurer war. Ich kann mich noch erinnern, nämlich an Zeiten, da gab es diese Aufkleber, ich weiß nicht, ob du das vielleicht noch kennst, auf den Autos, ich bin Energiesparer. Aber es ist ja oft so, dass man so bewusste oder so krasse Erlebnisse, das brennt sich echt in die Volksseele ein, das wird dann so als Volksglaube angenommen. Und da gab es, erinnere ich mich damals dran, diese Aufkleber mit Energiesparer. Und das hat sich bei mir auch in einer gewissen Weise eingenistet. Also habe ich immer irgendwo geschaut, ich muss Energie sparen. Habe aber nie ausgerechnet, wo die Geldfasser sind. Und das war beispielsweise bei mir, bin ich durch Zufall letztes Jahr draufgekommen, von meinem Gattenteich, die Umweltspumpe. Weil ich dann mal gemerkt habe, was die wirklich an Strom zieht, und die läuft ja dauernd, und dass man da praktisch ganz schnell Geld sparen kann. Wenn man einmal nachrechnet, also ich habe einmal, weil ich mir eine neue kaufen musste, weil die kaputt war, habe ich nachrechnen müssen. Und da habe ich halt gemerkt, wenn Schoppler, die andere, die hat, ich weiß gar nicht, wie viel Watt die gebraucht hat, und die neue, ich glaube 350, die alte, muss ich jetzt lügen, und die neue nur paar und die 60. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Da habe ich mal ausgerechnet, wie viel 100 Euro das ausgemacht hat pro Jahr, was die andere Pumpe mehr verbraucht hat. Und das ist eben der zweite Punkt, was ich meine, dass man eben bei manchen Sachen sollte man genauer hinschauen, wo einem das Geld wirklich durch die Hände rinnt wie Sand. Passiert ja oft. Bekomme ich öfters in meiner täglichen Praxis mit, dass Leute zu mir sagen, Michael, ich habe gutes Geld verdient, aber wo ist die Kohle hin? Die fragen sich am Jahresende, wo ist denn all das Geld hin? Ich habe doch jetzt gar keinen teuren Urlaub gemacht, keinen Fernseher angeschafft oder teure IT-Equipment oder wie auch immer, aber trotzdem ist die Kohle weg. Und das ist der Punkt eben, da ist es besser, ab und zu mal näher nachzuschauen. Also, da macht man sich aber eben nicht so verrückt. Deswegen übernimm nicht einfach irgendwelche vorgefertigten Meinungen und vergewissere dich einfach mal, weil wichtig ist auch, wenn irgendeiner was erzählt, hey, das ist so, wie auch immer, auch da Vorsicht, weil wichtig ist, es ist dein Leben. Es ist dein Leben, es ist dein Geld und es sind deine Werte. Also deswegen gibt es sowieso nie den Weg, sondern immer nur deinen Weg. Und viele verwechseln zudem auch Meinungen mit Wissen. Ja, Meinungen ist halt nun mal eine Meinung. Das muss nichts heißen, gar nichts. Es ist nicht fundiertes Wissen. Das ist auch wichtig. Viele nehmen einfach irgendwo eben eine Meinung an, ohne, eben zu, habe ich ja die ganze Zeit schon gesagt, ohne zu hinterfragen, Mensch, da kann das doch vielleicht gar nicht wissen. Oder hat der das jemals mal nachgerechnet? Ist der überhaupt Profi oder ist der Fachmann in seinem Bereich? Und das Nächste, das habe ich in der Wildzahl, in meinem ersten Buch von der Wildzahl zum Sparschwell noch schon reingeschrieben, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Also deswegen, schreib doch bitte mal in die Kommentare, was du so für Beispiele hast, wo du dich einfach mal verschätzt hast. Wo du irgendwo ein Glauben gehabt hast, irgendein Irrglauben, irgendeine Annahme, nach der du vielleicht auch lange gelebt hast, und wo du irgendwann gemerkt hast, hey, das war doch eigentlich gar nicht so. Habe ich mich vielleicht verrückt gemacht oder nicht verrückt gemacht? Also du weißt, was ich meine. Schreib es einfach mal in die Kommentare und teile es mal mit uns, was du da so erlebt hast. Ja, und wichtig, abonnieren, wenn dir das Ganze gefallen hat. Glocke nicht vergessen, damit du nichts verpasst. Kommen künftig noch viele gute Tipps dazu, um dir praktisch da mal einfach mal ein paar Impulse an die Hand zu geben, wie es viel leichter geht und wo man sich sinnloserweise verrückt macht. Ansonsten schön, dass du da mit bis jetzt durchgehalten hast. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Video. Dein Michael. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.